Hinter uns gehen eine Säge mit Rauchpatronen an, also Wunderzeugen nicht missbrechen, es sind nur Rauchpatronen. So, jetzt drücken alle mal, schaut mal. Also drei Männer im Schliff, du kriegst nicht mal aus dem Kopf die Bilder. Prima! Das ist ein Ausbild. Ja, das ist ein Ausbild. Und wir sind mit der Ausnahme der Regulierung. Das kann man jetzt schon sagen. Mit vorne, mit dem Anreizung her. 2,22 Kilometer Bietzinger hier hinten beim SR2H auf Höhen schleppen. Und das ist alles von Kofi 14 nach Wunffaßborden. Und die Schlauze ist hochgefohrt, bis Reitweg von der Lone in Wunder und die Dreipläne auf von der Lone in Wunder. Und das alles ist von Kofi 14 nach Wunffaßborden. Und die Schlauze ist hochgefohrt, bis Reitweg von der Lone in Wunder und die Dreipläne auf von der Lone in Wunder. Und die Schlauze ist hochgefohrt, bis Reitweg von der Lone in Wunder und die Dreipläne auf der Lone in Wunder. Ja, auch hier ist er auch viel zu früh losgegangen. Das hat schon mal nicht geklappt, was passiert. Ja, und hier wird er jetzt, bevor er aufbisiert, der Patrick hat schon gesagt, wenn er es schon am Boden sind hat, bevor er da gleich so kommt. Musik! Hey Dere! Jetzt den Mario Hüdern-Petsa-Zoha hoch zur Programm-Milch zur Boxkühle. Und er wird jetzt dann heilen. Wir sind gefeiert, ich verstehe nicht die Musik. Ich weiss mal die Kapelle an! Ich bin seit Hermann der Stadt. Ich empfehle sich das. Nachdem der Polizei wurden wieder ein Handy aufzulichen. Das machen wir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020